Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, Freunde, wir haben einen Einsatz auf Jakes Berg. Onkel Herbert, der Goldsucher, ist in einem entgleisten Minenwagen. Wir müssen ihn retten und den Minenwagen anhalten, bevor ein Unfall passiert. Für diesen Einsatz brauchen wir... Everest! Benutz dein Schneemobil. Mit dem vorderen Greifer kannst du Onkel Herbert aus dem Wagen holen. Rubble! Der Minenwagen könnte direkt in Onkel Herberts Blockhütte krachen. Du musst mit deinem Fahrzeug einen großen Erdhügel aufschütten, um den Wagen zum Anhalten zu bringen. Da ist er, Everest! Greifarm! Die Porepatrol! Oh, oh! Hast dich! Gut gefangen, Everest! Aber bitte, lass Goldie nicht entkommen! Rubble, halt dich bereit! Der Minenwagen kommt dir entgegen! Hier ist alles vorbereitet, Ryder! Hoffe ich! Goldie? Oh, oh! Everest! Der Klumpen rollt wieder den Berg runter! Goldie! Er ist zurückgekommen! Und überrollt uns, wenn wir uns nicht beeilen! Marshall! Fahr runter zum Flussufer am Fuße des Berges! Halt dich fest, Onkel Herbert! Oh! Oh! Es hat funktioniert, Ryder! Aber jetzt ist die Biberfamilie in Gefahr! Beeil dich, Marshall! Du musst mit deinen Wasserdüsen den Boden vor den Bibern nass machen, damit der Schlamm den Klumpen stoppt! Verstanden! Ich möchte mich ganz herzlich bei der Porepatrol bedanken! Ihr habt meinen größten Schatz gerettet! Das ist großartig! Deinen großen Goldklumpen? Nein! Meinen neuen Kumpel! Billy und seine Biberfamilie! Ryder, sieh dir das mal an! Riesenfußspuren! Die sind bestimmt von Elefanten! Ja, sie sind hier! Wir müssen in die Richtung! Das Gebrüll ist jetzt noch viel lauter als vorher! Das heißt, es muss von hier kommen! Oh, ein Elefantenbaby! Oh, das ist Tröti! Wie kann so ein kleiner Elefant so ein lautes Tröten von sich geben? Ich glaube, ich weiß wieso! Sein Hinterbein steckt in irgendwas fest! Rolfi! Nicht! Geh sofort da weg! Tröti! Komm zurück! Wir wollen dir doch nur helfen! Oh nein! Ryder! Tröti rennt direkt zum Fluss! Oh, oh! Die Strömung ist ziemlich stark! Tracker! Kannst du auf das Fluss springen und es mit deinen Kabeln anhalten? Aber klar, das schaffe ich leicht! Ich fange ihn mit dem Rettungsgurt auf! Ab dich, Ralfi! Jetzt bringen wir Tröti zurück ans Ufer! Gut gemacht, Tracker! Alles gut, Tröti! Wir helfen dir nur! Wir nehmen dir diesen alten Reifen sofort ab! Ganz ruhig! Jetzt! So zu tun, als ob mein Zeh gebrochen ist, war die beste Idee überhaupt! Nennt mich ab heute einfach Bürgermeister! Voll genial! Welche Taste muss ich jetzt drücken? Walter! Frau Fröhlich an Ryder! Keine Sorge, Frau Fröhlich! Wir retten Walter! Chase, fahr schon vor und halte den Bürgermeister mit deinem Netz auf! Netz! Oh nein, bitte nicht! Bitte nicht spritzen! Das Netz war keine gute Idee! Der Bürgermeister rast mit den Tieren zum Fluss! Feldfreunde, wir treffen uns am Fluss! Wir müssen außerdem noch ein paar Tiere retten! Bau am Flussufer eine Barrikade auf! Zwei! Nimm bloß das Stinktier mit! Walter! Na los, komm rüber! Wofür ist denn dieser Knopf? Wofür ist denn dieser Knopf? Wofür ist denn dieser Knopf? Aua! Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Das ist der Moment für einen Freundentanz. Der gebrochene Zeh tut wohl gar nicht mehr weh. Ryder, Fellfreunde, ich danke euch, dass ihr Walter gerettet habt. Und Bürgermeister Besserwisser. Dankeschön, Paw Patrol. Gern geschehen. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Jaa! Hua! Ahoy! Husch, Wecklercreme! Ich bin eine Vogelscheuche. Alle an Bord. Schönes Kostüm. Stimmt. Das ist ein super Kostüm. Vielen Dank für das Kompliment. Ja, es ist ein tolles Kostüm. Süßes oder saures. Opa, wir müssen die Paw Patrol rufen. Ryder, ein Kind im Riesenspinnenkostüm schnappt sich alle Süßigkeiten. Wir kommen. Keine Spinne zu groß, keine Pfote zu klein. Milche, in Diener, ein Kind im Riesenspinnen. He blöde. Oh. 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 Die hängen fest. Rubble, komm schnell mit deinem Kran. Du musst eine Riesenspinne aus dem Zuckercremenetz entfernen. Oh, gut, dass es keine echte Spinne ist, Ryder. Sonst wäre sie wirklich zum Fürchten. Oh, was zum Naschen? Das muss ich haben. Oh, oh. Meine Süßigkeiten! Nein! Oh, danke, Ryder. Du und die Hunde, ihr habt euch große Mühe gegeben, um unsere Halloween-Party zu retten. Oh, gern geschehen. Wenn ihnen wieder mal die Süßigkeiten ausgehen, ein Anruf reicht. Der Hut gefällt mir doch nicht. Ich will einen Hut, den die Welt noch nicht gesehen hat. Sie machen jetzt auf der Stelle Schluss mit dem Blödsinn. Ha, Sie haben ein Denkmal von Ihrem Huhn. Und ich schaffe ein Denkmal vom größten Bürgermeister aller Zeiten. Von mir! Ich rufe Ryder an. Sie haben aber schon eine Menge Gestein aus dem Berg gehauen. Rubble hat recht. Er ist nicht mehr stabil. Das ist lächerlich. Halt einen Moment. Warum sind meine Ohren denn so spitz wie Katzenöhrchen? Ha, was soll's. Das übernehme ich selbst. Kätzchen können die Arbeit deines Bürgermeisters eben nicht übernehmen. Ich hab ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Ich auch. Ich rufe Verstärkung. Marshall, Chase, Zuma, Rocky, wir brauchen eure Hilfe. Ha, ha. Jetzt sind beide Ohren so perfekt wie meine. Fertig. Nein, 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 nein. Nein! Oh nein! Er rollt in die Abenteuerbucht. Sky, wir lenken den rollenden Felsen in die Bucht. Such mir einen Weg zum Ufer. Die Straße am Wasser ist frei. Festhalten, Herr Bürgermeister. Ich zieh sie raus. Die ganze Arbeit. Den bekommen nur noch die Fische zu säen.